Hi Leute, ich bin Simona. Heute ist der 5. Oktober 2013 und ich fahre heute mit meiner besten Freundin nach Salzburg. Denn da ist heute die lange Nacht der Museen 2013. Und ich will das gerne mit euch teilen. Ich mache Videos, Fotos und ich hoffe euch gefällt das Video. Ich hoffe ihr seid genau so gespannt wie wir und wir werden mal sehen wie das ist. Und ja, ich weiß gerade nicht wie spät es ist, aber ich muss mich jetzt noch ein bisschen zusammenrichten. Und dann gehts los zum Zug und wir sehen uns dann. Ciao! Hi Leute, ich bin Simona. Das ist hier meine BFF. Und wir sitzen gerade am Bahnhof und jetzt warten wir auf den Zug. Jetzt fahren wir Salzburg! Ja, wir freuen uns so früh am Wochenende. Das war echt zu geil. Ja, Zug-Süchtler sind wir jetzt auch. Zug-Süchtler. Und ja, der Zug kommt glaube ich eh bald. Sicher eine paar Minuten, halb 10 Minuten oder so. Und dann gehts los. Also da am Stand. Ciao! Und? Hallo! Schauen wir wo der Ausgang ist. Klar, wir finden wir jetzt. Oh mein Gott, das ist ein Job! Hilfe! Die lange Nacht am Museum kann beginnen! Ja! Das ist ja nicht zu geil! Das ist ja nicht zu geil! Weiter! Da haben wir unsere Schuhe noch! Ja, Schuhe! Voll drum geworden als da! Ja, ich habe 10 Euro. Ja! Hallo! Hallo! Das ist ja so ein Kuchen! Das ist ja so ein Kuchen! Ja, Kuchen! Ja, Kuchen! Und? Wo ist es mit ihm? Ja, das ist ein geiler Spaß! Das ist ein geiler Spaß! Okay, also wir zwei dann umsetzen wir was zum Essen kaufen. Ja, eindeutig, wir haben uns ja auch schon! Und ja, also, ciao! Tschüss! Kaufen wir einen Kaffee! Sie kauft sie auch ganz gut schmecken! Weil sie hat nämlich einen Wurst! Und jetzt versuchen wir mal einen McDonalds oder irgend sowas! Und einen Schirm! Ja, und einen Schirm! Das sehe ich nicht! Okay! Hi! So gut, das Essen auch noch nicht gegessen, oder? Hört sich doch schmecken! Ja, wir sind gerade bei der Kappe! Und wir haben uns ein toller Essen mitgebracht! Stärken für heute! Mhm! Und ja, wir sehen uns dann in der Lange Nacht auf der Masin! Wir suchen sie gleich! Hi! Hallo! Wir sind gerade in der Innenstadt! Die Treidegassen klauen wir heute! Und ja, die Lange Nacht haben wir es sehen! Wir gehen in einer Stunde an! Wir haben schon unser Ticket! Das zeige ich euch dann! Und ich glaube, sie sucht sie gerade! Ja! Ja! Uh! Das ist das Ticket! Hier ist es! Der Ticket! Ja! Und ja! Cool, wir haben hier ein Louisvichal-Laden entdeckt! Louisvichal! Und also, wir gehen dann um 6.1. Ja! Und es regnet! Ja! Ja! Es regnet es! Und ja, bis dann im Museum! Tschau! Oh, das ist ein großer Berg! Oh! Museum der Moderne! Das ist unsere erste Museumstür heute! Ähm, ja! Geht bald an! Hallo! Guck auf jeden Fall! Wie geht's los! Wuuu! Yeah! Guck auf jeden Fall! Äh, ja! Guck auf jeden Fall! Die Raffaela sucht ihre Brille! Und jetzt hat sie es gefunden und muss sie noch putzen! Ja! So! Und wir sind schon in der langen Nacht im Museum! Ja! Wir sind gerade eben auf der Moderne! Und es ist mein absolutes Museums Museum! So gehen wir auf das erste Mal hin! Und ja, schauen wir uns das mal an! Das ist interessant! Schauen wir mal! Eine riesige Vorhalle! Sehr gut! Fui cool! Heute ist das Thema Flowers and Mushrooms! Mushrooms! Hi! Hi! Dann müssen wir zum Ende! Ja! Wir sind nicht fertig! Wir sind müde und am Schluss ist es noch recht! Es ist jetzt noch echt interessant! Das war ein Freund! Wär... Egal! Ähm... Es war... Äh... Es war... Eine coole... Coole... Coole Nacht! Es war interessant! Ich hoffe, euch hat es gefallen! Und gebt das Video sehr willkommen auf! Und wir bleiben es auch am Sonntag! Und ja... Wir sagen Tschüss! Und danke fürs Zusehen! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020